David, ihr habt gerade gegen Erdmann Matisek verloren. War jetzt auch nicht knapp unbedingt. Das stimmt. Trotzdem sah das Geisel schlecht aus teilweise? Ja, also ich denke wir hatten ein, zwei gute Aktionen dabei. Über die haben wir uns dann auch hochgezogen. Wir haben versucht, unser Beste zu geben. War vielleicht nicht knapp, aber uns hat es Spaß gemacht. Was zieht man aus dem Spiel raus, wenn man jetzt gegen die WM Dritten da auf dem Center Court spielt? Ja, wir versuchen auf jeden Fall an den ein, zwei guten Aktionen, die halt zu vermehren quasi, mehrere gute Aktionen zu haben und irgendwann halt so ein Spiel dann auch gewinnen zu können.